Welches dieser drei Messer soll in mein EDC kommen? Heute brauche ich deine Meinung. Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge «Grüsi Müsi, schön hast du» wieder eingeschaltet. Schreib gerne unten in die Kommentare, für welche der drei Messer soll ich mich entscheiden. Ich werde dir in diesem Video zeigen, was die Vor- und Nachteile sind, was meine Gedanken zu den jeweiligen Messen ist und was ich bereits an Messern in meinem EDC habe. Übrigens, mein EDC werde ich dir in einer der nächsten «Grüsi Müsi» Folgen ganz genau zeigen, präsentieren und dir erklären, was meine Gedanken hinter meinem EDC sind. Und ich werde dir auch erklären, weswegen das eigentlich kein reines EDC ist. Aber das ist nicht Teil dieses Videos. In diesem Video geht es um die drei Messer. Als allererstes zeige ich dir mal, welche Messer ich ausser diesen drei bereits in meinem EDC habe. Das Victorinox Swiss Tool, da habe ich ja schon in der letzten Folge «Grüsi Müsi» darüber gesprochen. Da ist der Fall klar, das befindet sich in meinem EDC. Wenn dich das Video interessiert, ich blende es dir hier oben in der Ecke ein. Zusätzlich, das steht auch fest, mein Cyber Tool. Ich finde das Cyber Tool ein geniales Messer. Klar, es ist gross, es ist klobig, es liegt nicht gut in der Hand. Es ist jetzt nicht ein Messer, was ich täglich für irgendwelche Schnitzarbeiten benutzen würde oder um ein Paket zu öffnen würde. Es ist halt relativ gross und unhandlich. Aber es bietet einige tolle Funktionen. Genau das ist der Grund, dass ich noch ein drittes Messer will. Ich weiss, ich habe am Swiss Tool eine ganz normale Standardklinge. Ich habe auch hier unter anderem eine ganz normale Standardklinge. Deswegen möchte ich eine etwas grössere Klinge auch noch mit dabei haben. Und eben, die drei besitzen alle eine grössere Klinge. Nochmals kurz zum Swiss Tool. Einfach nur, damit du dir das andere Video nicht ansehen musst, wenn du nicht willst. Ganz klar. Zange. Standardklinge. Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtbieger. So ein Schaber, ein scharfer Schaber und Kabel abisoliert. Werkzeuge. Dosenöffner, kleiner Schlitzschraubendreher. Grosser Schlitzschraubendreher. Kreuzschraubendreher. Schere. Saturierte Klinge, um Seile und Gurte zu schneiden. Feiner Schlitzschraubendreher. Und eine Ahle. Das sind die Funktionen vom Swiss Tool. Alle Tools blockieren. Das Cyber Tool bietet halt, klar, ganz normale Victorinox Klinge. Kennt jeder. Arretiert auch nicht. Eine gute Klinge, eine scharfe Klinge. Kann man viel mitmachen. Bei den Klingen besitzt dieses Messer noch eine kleine Klinge. Halt gut, um Pakete zu öffnen und solche Dinge. Wobei die kleine brauche ich eigentlich selten. Wobei, ich finde es ganz gut, weil man hat halt eine weitere Klinge, wegen der Schnitthaltigkeit. Und man kann dann die grössere für gröbere Arbeiten brauchen. Und hat halt immer noch eine sehr scharfe Ersatzklinge. Hier haben wir eine Metallsäge und eine Feile. Und da vorne, diese Spitz ist halt so, um Fingernägel sauber zu machen oder irgendwas rauszupulen, rauszuhebeln. Die Säge muss ich gestehen, für Stahl funktioniert das nicht wirklich. Aber so Messing, Aluminium, Kunststoff, solche Dinge funktioniert das ausgezeichnet. Eine Säge. Ah, übrigens habe ich vergessen. Das hat ja auch eine Säge. Säge habe ich nicht gezeigt. Die ganz normale Standardsäge von Victorinox, die ist super, funktioniert. Kann man auch, weil die Rückseite scharf ist, Feuerstahl damit bedienen. Auch wieder eine Schere. Gute Sache. Auch wieder eine Zange. Die finde ich ganz gut, halt wenn man nicht so viel Platz hat, um irgendwas gegen zu halten, irgendwas zu greifen. Zum Beispiel, wenn du irgendwas über dem Feuer kochst, das heisse Geschirr wegnehmen und so. Ich finde die Zange ganz gut. Und ergänzt sich halt gut mit der grossen Zange. Ein Bit-Halter und Bits. Das Standard-Bit, was eingesetzt ist, ist auf einer Seite Torx, auf der anderen Seite ist eigentlich nichts. Also was heisst nichts. Das ist halt ein Imbus, wahrscheinlich ein Fünfer, Vierer oder Fünferin Imbus. Dann als weiterer Bits, einen grösseren, kleineren Kreuz, noch einen ganz grossen Kreuz und grosser Schlitz und noch zwei unterschiedliche Torx. Das ist das, was an Bits dabei ist. Wie gesagt, den kann man auch umgekehrt einsetzen, hat man eben den Imbus. Dann halt die beiden Standard-Tools, wo jeder kennt, Kapselheber, Schraubendreher, Dosenöffner mit Schraubendreher. Ganz normal. Auf der Seite eine Pinzette. Andere Seite den Zahnstocher und Kugelschreiber. Auf der Unterseite Korkenzieher. Mit diesem feinen Schlitzschraubendreher. Kennt glaube ich auch jeder, um so Brillengestelle nachzuziehen und dergleichen. Und hier, was viele nicht wissen, befindet sich eine Stecknadel. Die ist ganz gut, um irgendwas aus dem Finger rauszupulen, also einen Splitter oder so. Das wissen viele nicht. Finde ich ganz, ganz, ganz cool. Dann das dümmste Tool zum rausnehmen. Kennt auch jeder, ne? Immer das am nächsten beim Korkenzieher. Geht halt immer am strengsten. Das ist auch wieder so ein Schaber. Und der ist extrem scharf. Nochmal ein Schlitzschraubendreher. Ein Haken. Der Haken ist halt ganz gut, um ein Kochgeschirr aus dem Feuer zu heben. Um zum Beispiel Einkaufstaschen, die halt in die Hände einschneiden, damit zu greifen und so zu tragen. Man kann damit auch Kabel verdrillen und so weiter. Oder eben, kennt wahrscheinlich auch jeder. Die Kugelschreiber-Mine kann man da reinmachen. Haken runter. Dann kann man halt mit dem Teil ein bisschen besser schreiben. Und das letzte Tool ist noch die Aale-Nähnadel. Kennt, glaube ich, auch jeder. Das sind die Funktionen vom Cyber-Tool. Und ich finde halt, die beiden ergänzen sich ziemlich gut. Da hast du so ein bisschen die gröberen Sachen, da ein bisschen die feineren Sachen. Mit diesen beiden Tools kannst du schon eine Menge, Menge anrichten. Aber eben, es fehlt mir persönlich jetzt eine grössere Klinge und auch eine grössere Säge. Und deswegen, ich mache das mal weg, brauche ich heute deine Hilfe. Ich habe drei Messer zur Auswahl. Ich fange mit diesem an. Das ist eigentlich das Soldatenmesser. Das ist ein richtig geniales Messer. Das liegt schön in der Hand. Es hat eine Einhandklinge. Die ist zwar saturiert, da hinten aber hast du auch noch eine Stelle, die halt nicht gewählt ist, halt um feinere Schnitzarbeiten ausführen zu können. Ich finde das eine gute Kombi. Ich weiss, viele mögen diese Klingen nicht. Ich bin da auch immer Zwiegerspalten. Aber der grösste Nachteil ist einfach das Nachschärfen. Aber das funktioniert mit dem richtigen Tool auch ganz gut. Habe ich jetzt keine Probleme mit. Und ich finde eigentlich die Kombi so ganz in Ordnung. Die Klinge arrediert. Also von daher, coole Sache. Das Teil hat eine ordentliche Säge. Die Säge arretiert leider, leider nicht, würde ich mir wünschen. Was mich bei diesem Messer ein wenig stört, ist die Einhandbedienung beim Sägen. Wenn du die Säge so hältst, drückt dir die Einhandbedienung halt genau in die Fingergelenke. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Ich muss aber dazu sagen, meistens sägt man ja so. Dann ist das kein Problem. Aber eben, wenn man umgreifen will, finde ich es sehr unkomfortabel. Kleiner Kritikpunkt. Da auch ganz normal, die beiden Standard-Tools nenne ich jetzt nicht jedes Mal neu. Auf der Unterseite, was ich halt gut finde, den Schraubendreher. Finde ich genial, weil so kannst du halt ordentlich Kraft ausüben. Ich finde das Teil super. Und hier ist noch die Aale. Kennt man auch. Das sind halt so die Funktionen dieses Messers. Alternativ, dieses Messer hier. Das hat eine Zweihandöffnung, aber auch eine grosse Klinge. Eine Klinge, die arretiert. Und ich mag den Arretiermechanismus. Den kann man auch ganz easy mit Handschuhen betreiben. Einfach diesen Knopf nach hinten ziehen. Finde ich gut. Und auch von der Klingengrösse her nehmen sich die beiden nichts. Ansonsten eigentlich dasselbe. Eine grosse Säge. Auch hier wieder die beiden Werkzeuge. Zusätzlich, was das Teil nicht hat, nochmal eine Pinzette und einen Zahnstocher. Und auf der Unterseite eben auch wieder den Korkenzieher mit dem kleinen Schraubendreher. Und die Aale, aber zusätzlich noch mit der Nähfunktion. Das Teil hat ja nur die normale Aale. Also, Vorteil für mich. Eine zweite Pinzette. Ist eigentlich nice to have. Aber zum Beispiel Korkenzieher unter diesem kleinen Schraubendreher brauche ich nicht zweimal. Da hätte ich halt lieber den Kreuzschraubendreher. Von der Klinge her finde ich es halt auch ganz gut ein Messer dabei zu haben, was du mit einer Hand öffnen kannst. Finde ich auch ganz gut. Weil wenn du halt irgendwas in der anderen Hand hältst, mit was beschäftigt bist oder dich vielleicht verletzt hast, kannst du dieses Messer mit einer Hand öffnen und auch mit einer Hand schliessen. Das funktioniert. Das funktioniert hier nicht. Brauchst zwei Hände zum Öffnen. Ja, schliessen würde schon gehen. Wobei, es ist dann halt relativ gefährlich. Also, mir gefällt da wirklich die Einhandöffnung. Der Kompromiss wäre jetzt das Rescue Tool. Da habe ich halt einerseits die Einhandöffnung. Ich habe auch hier eine Säge, aber eine etwas gröbere Säge. Ich mag die andere von diesem Messer lieber, bin ich ehrlich. Aber funktioniert. Und das stört auch die Handhabung nicht. Da ist das Teil nicht störend. Finde ich auch ganz gut. Was ich sehr gut finde, so eine Art Schnellzugriff. Hier steht halt ziemlich, die Klinge ziemlich weit hervor. Kannst einfach aufmachen und hast hier auch eine gebogene, grosse, saturierte Klinge, um zum Beispiel Fahrzeugurte und des Weiteren zu zerschneiden. Und halt wirklich cool, weil das hast du wirklich schnell offen. Finde ich extrem geil. Dann hat es hier halt nur noch ein Tool, halt den Kapselheber, weil auf der anderen Seite ist der Glasbrecher. Könntest du halt eine Fahrzeugscheibe damit einschlagen. Zusätzlich hat es auch hier wieder Pinzette und den Zahnstocher. Auf der Unterseite wieder meinen geliebten Kreuzschraubendreher. Und auch hier die Aale ohne Nähe-Funktion. Wobei, da spielt ja keine Rolle. Zusätzlich leuchten diese Schalen im Dunkeln. Du findest das Messer halt gut, wenn es runterfällt. Ich persönlich tendiere, wie gesagt, das Swiss Tool, das Cyber Tool, und als Ergänzung das Rescue Tool. Das ist so in meinen Gedankengängen das stimmigste und sinnvollste Setup. Eben, wegen der Einhandbedienung in Verbindung mit dem Kreuzschlitz, den Glasbrecher finde ich ganz nice und auch eben dieses Messer. Ich finde, das bietet einem halt eine gewisse Sicherheit, wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist. Deswegen tendiere ich persönlich zu diesen drei Dingen. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du das? Würdest du das Militärmesser zusätzlich zu den beiden mit dir rumtragen oder in deine EDC aufnehmen? Das ganz normale mit der Zweihandbedienung. Unabhängig jetzt von der gesetzlichen Lage. Ich weiss, in Deutschland Einhandbedienung und so. Schwierig. Aber vergiss das Ganze mal. Wenn ich in Deutschland leben würde, ganz klar, müsste ich mich für das entscheiden. Aber geh mal davon aus, du würdest jetzt in der Schweiz wohnen und Einhandbedienung wäre jetzt kein Problem. welches Messer würdest du bevorzugen? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Würde mich wirklich, wirklich interessieren. Und ich lasse mir diese Option noch offen. Mal schauen, was du oder ihr als Community dazu meint. Also wie gesagt, die drei Messer werden in meiner EDC-Tasche Platz finden. Was da drin alles verborgen ist, erfährst du in einem der nächsten Rüsi-Müsi-Teilen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Video liken und meinen Kanal abonnieren, damit du dieses Video hier nicht verpasst. Es wird sich lohnen, versprochen. Die drei Messer, entscheide dich für eins, schreib sie in die Kommentare oder komm auf meinen Discord. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du auch deine Meinung gerne äussern. Ansonsten würde mich noch interessieren, welches Messer ausser Victorinox würdest du in dein EDC aufnehmen? Und aus welchen Gründen? Findest du meine Kombi ganz gut? Hast du daran was zu kritisieren? Wären es für dich zu viele Messer, zu viele doppelte Funktionen? Oder denkst du dir auch lieber haben als brauchen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Es würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr, sehr interessieren. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.